Ja, das geht eigentlich. Die hören besser als die beiden hier, muss ich sagen. Als welche beiden? Ich hab ja nicht gesagt, dass ich mitbaue. Ach du bist sowieso nur zum Trollen hier? Ja, natürlich. Ach so. Das Feuer hab auch ich gelegt. Ja, das brennt ja hier nicht ab, ist egal. Da kommen wenigstens keine Monster, wenn du ein bisschen Licht machst. Äh, Junge? Machst du auf. Was? Denn ich bin eh ganz weit weg. Oha, wusstest du, dass du gemeint warst? Ich hab das einfach nur so gesagt. Ja, weil ich war der Einzige, der schießt, also. Also. Hallo, Julia. Hallo. Gerade in dem Moment war Darlucat sehr, sehr lieb. Oh Gott! Ich seh ihn nicht mal und er schießt auf mich, Alter. Ja, wenn du nicht lieb bist. Unsichtbarkeit zwang. Komm mal einen Schritt nach hinten. Du kannst sowas von Kreuzweiß, weißt du das? Du und? Und da kommt ihr Dialekt raus. Danke für die Feinde. Ach, Daniel, das Holz ist schon wieder leer. Soll ich dir noch einen Stack geben? Ich geh jetzt mal. Okay. Tolle Bulle! Bei der Weich, ich hab euch das Holz geklaut, ne? Ich hab euch das Holz geklaut, ne? Welches Holz hast du uns geklaut? Ja, das ist Fruitwood. Sehr schön machst du das, Julia. Wo ist denn der schon wieder hin? Ich hab's euch nicht mit Absicht geklaut, aber ich kann jetzt nicht mehr zurück wegen Darlucat. Also wenn ihr Darlucat verscheucht, dann... Ne! Leute, wenn ihr Darlucat verscheucht, bringe ich euch eineinhalb, sechs, äh... Julia, können wir dich voller als Galilionsfiguren dranhängen? Loll! Ja, bitte! Nauf! Oh, Menno! Wahnsinn! Wahnsinn, Wahnsinn! Wahnsinn! Lalalala! Wahnsinn! Also dann wollen wir mal jetzt erstmal zu meinem Haus gehen. Es dauert zwar eine halbe Stunde, aber dann hab ich neue Pfeile. Äh, lass uns mal hier nicht die Treppen quasi kaputthauen. In einer halben Stunde bin ich wieder da, Liskario. Nauf! Ist okay. Was? Wie lange gibt die Folge überhaupt noch, Liskario? Bei mir? Ja. Äh, es sind 17 Minuten. Die merken schon aus, aber die ist gerade so wunderschön. Wunderschön. So schön. Er spricht von mir übrigens. Ja! Ist doch nicht wahr! Nur ob so schießen jetzt nicht. Hat der nicht schon mal jemand gesagt, dass du für ein Mädchen lachst? Ja, hat mir schon jemand. Ist das schlimm? Warum? Nein! Diesmal... Das war jetzt super. Oh! Diesmal... Diesmal... Ist das Boot sogar kaputt gegangen. Oh! 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 Und dann habe ich die so extra so gesetzt. Ja, haben wir gerade auch schon gemacht. Weil es einfach viel viel besser geht. Einfach einmal hoch und dann runter bauen. Ja. Perfekt. Und da vorne ist er da! Oh ja, komm mein Liskario. Gibt weniger Setzlinge, die dabei rauskommen. Oh, gut. Ja, das stimmt. Aber wir haben eh so viel alleine in der Kiste. Ja, das stimmt. Mit dem Shader sehe ich dich fast nicht. Warte, ich schalte den Shader aus. Ich schalte den Shader aus. Warte. Schater! So, los geht's, Alter. Ich muss mal ganz kurz... meinen Jungs... Ey, zwei gegen einen ist unten. Bist du das oben? Ach, da. Ich komme gleich nach. Okay, bis dann. Ich mach auch Folgenende, passt gerade. Bis zur nächsten Mal. Tschüss. Und da sind wir wieder mit dem Wahnsinnigen von gestrandet. Moin, Moin. Und ich verabschiede mich für heute. Und bei Julia ist jetzt Schluss. Ja, bei Julia ist Schluss. Bei mir ist weiter. Jetzt geht Liscario down, diese Folge. Ich hab noch sieben Herzen. Sieben? Ist ja schon am Hungertod. Ich war jetzt hier noch ganz kurz... Aber meine Lache ist doch wunderschön, wie ein Mädchen. Wahnsinn. Tauchte ab. Oh ja, das tue ich wirklich, ey. Nicht oben drauf. Ah, das ist wundervoll. Ohne Witz, ich hab keine Pfeile mehr. Das ist natürlich echt bitter jetzt für dich. Ich hab noch welche. Und du? Ja, weil du sie eingesammelt hast, die sie verschossen haben. Na klar. Warte, ich geh noch mal zu deinem Haus. Von da hab ich sie nämlich. Ich verstehe. Was? Ja, bitte? Ja, welcher Daniel? Oh, alles klar. Sie hat noch mehr Pfeile, oder was? Sie hat noch mehr Pfeile, oder was? Ich will auch ein paar Pfeile haben. Es war nur nur vier. Ich will auch ein paar Pfeile haben. Ja, ist ja gut, kriegst du welche. Ich hab'n Fisch, wenn's wär. Mehr. Mehr Pfeile. Mehr gibt's nicht. Ach ja je. Mehr. Mehr? Ja, was? Das stimmt, das ist blöd. Aber ich fällt mir ein, wir sollten hier mal Licht machen. Mach' ich. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich verzuchte mich dann jetzt leider auch schon. Ja, dann sind wir auch eine gute Nacht. Ich wünsche dem lieben Ruther auch noch einen schönen Gruß. Nee, lass mal. Das ist böse. Ihr seid so lieb, das ist der Wahnsinn. Ja ne, wir sind so richtig, richtig nett. Fack' euch hier noch das Holz hier in die Kiste rein. Das ist herzzerreißend, ey. Bis bald, tschüss. 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 Jetzt wär's aus dem Spiel raus. Mein Gott. Tschüss. Tschüss. Moment. Jetzt dann. Tschau. Jetzt gehst du in die Küche. Dazu. Wer ist denn jetzt gestorben, ne? Ähm, gute Frage. Klingt fast, als wenn Sinner am Werk wär. Aber irgendwie ist Sinner noch nicht hier. Deswegen kann das nicht sein. Was ist? Ähm, besonders schöne Grüße von Julia wünschen. Die ist gegangen. Wieso ist die gegangen? Die hat's mit dir nicht mehr ausgehalten. Mhm. Ähm. Nein. Ähm. Ja, musste gehen, ne? Ist halt so. Und by the way, ich hab keine Peile mehr. Das ist uncool. Okay. Ich stopp mit meinen Aufnahmen weiter. Wieder hier. War das jetzt die dritte oder die vierte Aufnahme in Skario? Die dritte, ne? Das hier ist die vierte. Das hier ist die vierte, genau. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Gestrandet mit den DadoCut. Blablabla. Ich bin jetzt klar, Leo. Was ist zur Hölle? Oh Gott! Leute, ich hab kein Essen mehr. Geh weg. Den Sprach gewalt. Guten Tag. Ich will nicht sterben. Ich hab Zeugen. Voll motiviert. Blablabla. Hey, getötet haben wir noch niemanden. Da, Lu. Die Julia ist wohl scheinbar gerade gegangen, als ich nicht da war. Aber nicht töten. Der hat sich nicht verabschiedet, die... Nein. Kriegt also richtig Ärger am Samstag von mir? Das kann ich euch versprechen. Am Samstag seh ich euch ja alle. Ja. Nicht alle. Also eigentlich nur Julia und mich, aber... Ja, aber... Ja, und auch andere Gestalten. Also mich nicht. Aha. Ich will auch keiner sehen. Andere Netzwerke. Ja, das ist doch klar. Ich mein, sonst schmelzen sie alle. Ja, ich überleg, ob ich nicht verabschiede. Hat mir was zu futtern. Vielleicht hab ich kein Essen mehr. Wieso hast du schon wieder kein Essen mehr? Ich hab dir doch, ich weiß nicht, 20 Porte gegeben oder so. Es waren Kartoffeln und es waren 18 und es waren dann im Endeffekt nur 16, weil ich zwei unabsichtlich irgendwie verlegt hab. In der Zeit hab ich zwei Kartoffeln gegessen jetzt und du hast so viel gegessen. Ja, ich hab auch noch 35. Ja, ich bin herumgelaufen. Also gibst du mir noch mal ein bisschen Kartöfel. Ich hab grad ein bisschen Holz weggeschlagen und hab ein Haus gefunden. Kannst du behalten. Eine Frage, darf ich mal was Off-Topic fragen? Nein. Hier sogar an euch. Mach aber die Aufnahme aus. Okay, mach die Aufnahme aus. So, und zwar Off-Topic. Hat wer von euch Arma 3? Nein. Nein. Natürlich. Ja, wirklich? Ja, ich bring fast momentan gar nichts anderes auf meinem Kanal. Geil, Alter. Ja, geil. Altes Live auch irgendwie so? Ja. Oh yeah. Danu hat sogar mal ein paar Leuten so eine richtig coole Aufnahme gemacht, hier mit irgendwie Leute Geisen nehmen und so. Ja, geil. Das ist das Altes Live, oder? Ja. Ja, ja, klar. Denk ich mal. Ich hab einen eigenen Server davon. Also ich will ihn eröffnen. Wir haben Millionen Server. Jeder hat einen eigenen Server mittlerweile. Aber ich. Haben sie wirklich? Ja, das ist echt nervig. Also du kriegst auch tausend Kommentare unter jedem Video. Guck mal auf meinem Server vorbei. Ja, aber ich hab da jetzt schon einige Male bei anderen Servern angefangen und ja, nicht gerade so das Beste. Nicht gerade das Beste. 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 Du kannst dich ja für das Epic-Projekt bewerben. Wasch das? Da sind bis jetzt sind da so 40 YouTuber, die Altes Live auf einem Server zusammen spielen. Du könntest mal ins Forum hin wieder schauen, dann würden dir ja auch so einige Projekte noch bekannt sein. Achso, ja gut. Wenn das im Forum steht, dann schau ich mal wieder. Das ist ne feine Sache. Bei dem Epic-Projekt sind auch Xander und Early Boy und so dabei. Wer? Ist doch egal wer dabei ist. Hauptsächlich Altes Live, ne? Muss man die kennen? Oh schon. Warum? Weil Xander der Fisch ist. Ach Xander. So, jetzt hab ich's verstanden auch. Und was hast du noch gesagt gehabt? Early Boy. Early Boy. Ne, den kenn ich nicht. Auch so'n Minecraft-er. Der Minecraft-er. Jetzt ist die Kiste hier offen und geht nicht mehr zu. Was ist das für'n Trick? Ja, das ist ein komischer Bug. Ja, mein Holz! Das ist nur um dich zu ärgern. Was machst du mit meinem Holz? Äh, nur klauen. Und so. Nur klauen. Wie kommt man denn jetzt auf das Schiff drauf? Okay, Dummela, ich habe jetzt die letzten drei Folgen nichts gebaut. Jetzt zugebaut. Jetzt zugebaut. Ach so. Ja. Jetzt wird ein Rumpf ge... Wieso verbrennt ihr euch da gegenseitig? Keine Ahnung. Nur er brennt. Ich hab einfach nur Holz in die Kiste gelegt und er verbränt mich. Geh weg da! Ohne Wien! Ja, ja. So wird das Schiff nichts fertig. Ist das Karin eigentlich Österreicher ursprünglich? Ja, rein ins Feuer. Wie bitte? Bist du Österreicher oder was bist du ursprünglich? Ja, bin ich. Ja, hört man. Nee, hört man nicht. Natürlich. Doch. Nee, also mir wird den ganzen Satz gesagt, red Deutsch und das in Österreich, weißt du so von wegen so... Ja, okay, das mag sein. Der Nächst ist gar nicht österreichisch. Das mag... Du vielleicht bist so ein bisschen Hochdeutsch verseucht, aber ich höre jedenfalls in Österreich da deutlich raus. Ja, finde ich aber auch. Das hörst du auch raus, also. Okay, komisch. Sehr komisch. Sag noch Urlaiva und... Urlaiva und... Was ist das denn schon wieder für ein Insider? Urlaiva und... Urlaiva und heißt auch so viel wie das ist echt geil oder? Ja. Urlaiva und Urgeil, ja. Urlaiva und... Urgeil Urlaiva und... Gut, dass du das weißt. Ja, ich sehe auch nicht so weit. Das hat oft mit Ösis zu tun. Achso. Nee, nee. Hey Discario, hey Discario, diebisches Bergvolk mit zwölf Buchstaben. Nochmal? Diebisches? Diebisches Bergvolk mit zwölf Buchstaben. Arschloch. Hä? Vielleicht passt das sogar. A-R-S-C-H-L-O... Nein, nein. Den hat mir übrigens ein Österreicher erzählt. Einer von meinen Fahrern. Ach ja, cool. Ich hätte eigentlich Polen gesagt, aber das ist kein Bergvolk. Der Stammes Halbkring hatte das erzählt. Der Stammes Halbkring. Der Stammes Halbkring. Das ist kein Bergvolk, das stimmt. Das ist uncool. Okay, warte ganz... Ich bin gerade raus aus dem Game gegangen, Alter. What? Ja, ich wollte gerade das Forum öffnen und dann schießt mich auf einmal ein Dalu-Card ein. Oh, mir kommt nur noch vier Herzen. Dalu, hör auf! Wieso Dalu hat gesagt... Wieso Dalu hat gesagt, diese Folge stirbst du? Nein! Nein! Hat er sich groß eingekündigt? Eigentlich hält sich Dalu an das, was du sagst. Steht im Titel. Steht im Titel. Warum steh ich nicht mehr raus aus der Wache? Oh doch, komm ich. Ich lauf einfach in die andere Richtung. Ich könnte dich einfach mit dem Schwert holen. Wer schneller ist, ne? Wer willst du mich töten? Dankeschön. Mal schauen, ne? Für mich, für mich klein ist das für eine Drohung. Wer hilft dir denn? Na? Dahinten, weißt du, das ist äh... Mein Volk, das mir hilft, die Kühe da. Ach, übermorgen geht es ja schon wieder los, darf man das eigentlich schon sagen? Was geht jetzt wieder los? Ratatamon? Ja, das darf man schon sagen. Haben wir vorhin schon angesprochen. Das Bartle? Ja natürlich. Vor allen Dingen, diese Folge kommt ja später raus. Also bei mir zumindest. Moment, wann werden nochmal die Teams ausgewählt oder sind die schon da? Ne, die machen wir erst... Am Freitag oder? Genau, vor der Aufnahme, ja. Wo wollen wir das diesmal anders machen? Haben wir ja drüber abgestummt. Abgestummt ist. Hab ich schon mal erwähnt. Wir nehmen die guten PvPler und die wählen sich jeweils einen anderen ins Team. Gut, das heißt, Dalu sind wir mal... Dalu und Ratatamon und wir... Also wir drei kommen sowieso nicht irgendwie zusammen. Irgendwie sowieso. Ja, das Lustige ist ja, ich hab ja in letzter Zeit nichts anderes mehr gemacht als Minecraft PvP. Und ich finde, ich bin nicht schlecht. Wie lange machen wir das jetzt schon? Seid gestrandet und dem Dach runter geht. Seid Folge 5. Mein Spaß. Ne, dann bist du noch ein bisschen gefühlt die richtigen PvPler. Ja, das mag schon sein, aber weil... Heute auch mit Dalu Katzla bla bla bla. Wobei, man kann eine Hitbox einstellen, glaube ich. Mit STRG, F3 und H oder so. Oh, ich hasse dir das... Zumindest bin ich auf das Battle gespannt. Wenn ich mich mit Liscario in einem Team bin, dann habe ich auch Chancen und dann geht das. Ja, genau! Deswegen hast du noch... Seid ihr beide als schlecht eigentlich zu werden? Der Leid, dass wir verloren haben! Moment, Lisc... Wie war das schon mal bei unserem Battle, Liscario? Du hast, glaube ich, nicht mal einen Gegner angegriffen. Du hast dich aber entschuldigt, dass wir verloren haben! Ich bin mindestens der Einzige, der wen getroffen hat. Ja und? Verstehst? Ohne Witz nach der... Vor der Aufnahme so... Ja, das ist... Ich spiel nochmal, das ist kein Minecraft, wenn wir verlieren... Ja natürlich, muss ich ja! Das kann ja ich... Ich habe ja auch... Ich habe ja auch mehr von dir erwartet, wenn ich wusste, dass ich eh besser war... Ja...